Leute, ich nutze zur Aufnahme das Tool DxTory. Das hat eine Zahl oben und die ist immer größer oder kleiner, je nachdem wie hoch oder niedrig die Auflösung ist. Ein Viertel meines Bildschirms ist weg wegen dieser Zahl. Mach einen Screenshot. Mach du den, ich... Resolution ist schon high! So, ich hab einen gemacht. Okay, alles klar. Vielleicht sieht man's am Ende ja trotzdem. Den Text kann ich nicht lesen, die Zahl ist davor. So, wir haben gerade über Minecraft geredet und haben gesagt, nein, Minecraft sieht die besser aus. Shit, Mann. Das ist Kunst, also Grafik ist nicht alles und Grafik ist auch nicht gar nichts. Also, okay, ich hab was gefunden. Oh, ne Bank! Äh, äh, nö. Ja, das war mir nicht aus. Kann ich nicht lesen. Äh, äh, nein, man muss Seiten sammeln! Äh, 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 das ist so das Horrorspielkonzept der Welt. Ja, und, und, und es, und es regnet, weißt du? Und man ist irgendwo in einem linearen Wald. Du musst Seiten sammeln und es regnet, da verschmiert doch die Tinte. Es sei denn, es wurde mit einem Laserdrucker ausgedruckt. Das ist eine ganz neue Story für Slendert. Ja, der, der Laserdrucker des Graugens. Ja, das, was sind das für Bretten? Das sind Betten! Das sind Doppelbetten, das sind keine Bänke. Ja, von mir aus. Kann ich nicht lesen. Will ich auch nicht lesen. Oh Gott, das sind zwölf Seiten. Ich kann jetzt irgendjemand mein Leben kurz beenden, hier im Spiel. Vielleicht wirst du eher vom Blitz getroffen. Könnt die Zahl auch einfach aufstellen, aber ich hab die gerne an. Ich würd sie auch anlassen. Ich will halt sehen, dass das Spiel nur auf 25 FPS läuft. Was für ein Pixelmatsch, du meine Güte. Gruselig finde ich jetzt die Grafik schon mal, aber ansonsten will ich dir noch nicht viel. Das musst du doch dann in Vegas übelst hochskalig. Ja, ich glaub ich lach das wieder auf Original hoch, nur aus diesem Grund. Ja, da hast du dann im Videoplayer so ne Briefmarke. Weißt du, ich glaube, du musst mir nachher was editieren. Pack einfach, wo ich die zweite Seite aufhebe. Also ne Eins für die Zwei, sodass ich schon zwölf hab und dann beenden wir das. Mit Paint? Nein. Du hast noch einen Versuch. Äh, mit Paint? Ja! 100 Punkte. Willst du das Spiel weiterspielen? YN. Da ist ne Seite. Ich kann das nicht lesen. Da ist noch einer. Oh, Gatekey. Oh nein, irgendwas ist passiert. Ich weiß gar nicht was, aber es geht voran. Irgendwas ist zu rot geworden. Ja, irgendwas ist zu rot geworden. Ja, irgendwas ist zu rot geworden. Was ist das denn? Oh nein! Es ist die Stau. Oh, jemand, jemand setzt Surfer ein. Scheiße, schnell weg hier. Vielleicht finden wir zum Tor zurück. Ich hab mir den Weg gemerkt. Man muss an dieser Hecke vorbeilaufen, an den Bäumen. Oh nein, nicht Surfer. Scheiße. Keins meiner Pokémon hat Whirlpool dabei. Ah, ich hasse dieses VM-System bei Pokémon. Vielleicht muss ich hier lang. Oh nein! Oh! Vielleicht kann man bei den Hecken Zerschneider einsetzen. Ah. Oh, guck mal, ein Sprungbohr. Ja, aber da waren wir doch schon. Oh. Was ist das denn hier? Oh! Ach, Zielstau. Fantastisch. Dann könnt ihr das Spiel vergessen. Ja. Oh, man kann sogar sprinten. Ich sprinte die ganze Zeit. Na, upsie. Hoppla! Ja. Oh Gott, ich will jetzt wissen, was das ist. Ah, das ist das Tor. So, kann ich hier rein? Ja, oh nein. Ich hab ne Seite gefunden. Jupp, jupp. Ja. Ah, das ist der Friedhof. Wer liegt denn hier? Mein Lieblingsspiel. Hier liegt eigentlich jedes Spiel begraben. Ich heb diese Blume auf. Oh, na toll. Muss ich jetzt? Gibt's hier auch irgendein Scheiß, den du nicht sammeln musst? Demnächst bist du noch irgendwie einen von 6 Kackhaufen. Nein, 12. Ne, das reicht erstmal. Aber ich hab... Ender!